Stadtmarketing und viele örtliche Vereine und Initiativen stellten am Wochenende beim Hunte-Sommer ein großes Programm auf die Beine. Dazu gehörten am Sonnabend die Spaßrallye auf der Hunte, Theaterszenen von Blauschimmel-Atelier und Wildeshauser Gruppen sowie ein buntes Kinderprogramm. Am Abend gab es Livemusik mit Blasorchester und Musikkorps, später mit der Band Goldies. Am Sonntag machte das regnerische Wetter den Veranstaltern dann aber einen Strich durch die Rechnung. Der ökumenische Gottesdienst musste in die Kirche verlegt werden, das Picknick fiel ins Wasser.